Prozent so mit dem Schnubel in der Bibel die Begründung bei den letzten die Belefitt-Hortline wie man sieht sieht man einen Löffel der Kamikaze Schneider neiler alias büffelpimmel 0 wieso treffe ich den denn nicht? ich hab bestimmt immer dagegen geschaffen alle Einheiten verdammt gesungen sind ein Mod draus gekädelt den Tumpenigkeit blum kippen blum kippen blum kippen blum 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 lull mit molly der hängen brauche ich gar nicht hinschießen Das ist mir zu weit. Nee, diesmal nicht hier. Hallo! Scheiße. Scheiße, Mama. Hier ist der Medikid. Wieso steht denn der nicht? Da kommt ja nicht mehr raus! Guck mal, Posi ja nicht positiv. man muss einmal zeigen dass sie nicht oft bei mir manchmal stück die pfz manchmal stück die pfz manchmal stück die pfz manchmal stück die pfz ich hab da jemanden geesehn Wooow Und hinterher rennen Das macht der引 degre Eren hinterher Er ist hinterher gerannt Hinterher gerannt Da 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 ... être investigations Hinterhergehend Alter Falter, wo gehen wir denn jetzt hin? Ich würde sagen hier Alter Direkt Hardcore spielen ist ganz schön Hardcore Wird eigentlich schon mal gesagt Wow 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 Oh genau, mich erwischend natürlich Spaggen Spaggen Papa lalala Die ownen uns doch jetzt Die ownen uns doch jetzt Benni rennt wieder hier hin Da wird ja wieder abgeknallt Die anderen Maps kenne ich ja ehrlich gesagt nur gar nicht Weil ich hab ja nur die Schnibbelnibbel ne Die Beta gespielt Ich habe nicht Kontakt zum Verdächtigen Mama Am Arsch Nix hast du Nix hast du Nix hast du Söls Lackur Ich hab dich bei den Neuen Nein, wie alt Nagell mich ganz fest Nagell mich ganz fest Ganz fest den Nageln Woa 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 hm, da will ich mal ein paar Kills, paar Kills hab ich wow, 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 wow war zu öffnungstag, ich wusste nicht wohin das kann ja mal passieren und der Stütze ist unterwegs Granate kommen Yalla Yalla, zu weit Yalla Yalla, in Kowlo, oder wie auch immer noch einer so haben wir noch eine gebohntet nein 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 jetzt koken honor kill da kann ich jetzt aber nicht hin kann ich schon reanimieren ich habe nur einen schlag schluck hab ich die du die medikin du die du ausgemärzt wird ihm erbauten da oben ist einer geronimo das geht mit dem herunterknüppel nehmen schnell die taste noch nicht belegt nochmal hinterher jetzt hat anscheinem jahren hat sich wird ja nicht schwer ist hat nur laulina gewurdere entdeckung ich hab några ok Lass die von mir medizinieren, Mann. Der Bomber. Ich will sie einfach mal annehmen. Hatsatatatata. Uuuuh. Hatsatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat gleichzeitig gemacht ohne schlecht wir ziehen ich hüpfte jetzt mal hinterher nein ja ich dachte jetzt zum schluss das wäre noch von ihnen das war jetzt fehlen haupt ich mache wenn ich mal wieder leiden replay replay das hat weh erstmal drauf schießen nur steppe lernen daraus schließe nicht mit der maschine pistolen gewehre die bedingung auf schrauber wenn er so weit hoch ist das gibt mir das oge so treffe ich dann nicht wo ich habe den kopf getroffen meine ich acht kilometer daneben wahrscheinlich geht jetzt ihr seht mich nicht do you see me not not seeing me not du du nötig nötig na das Ach ja, Rang 3 bin ich erinnert. Wie putzig. Oh Mann, wenn ich schieße, wäre ich acht Meter daneben. Acht Meter mindestens daneben geschossen. Hm. Läuft. Hier spricht die Waffen frei. Ihr seid verhaftet. Lasst die Waffen frei und leht eure Hände aus den Kopf. Ich habe ihn erwischt. Brumm. Ruske. Ne, so macht man das hier. So. So. Den wisst ihr immer. Den wisst ihr den Helm erwischt. So. Lalalalalalalala. Hoffentlich kommt da jetzt keiner. Da kommt er. Da ist er. Der nächste. T-t-t-t. Oh, das ist natürlich eine gute Position da oben. Hey. Hier ist dein Medikid. Hey. Hier ist dein Medikid. Wir brauchen wunderschön Stau. Mhm. Ich habe ihn festgenagelt. Hier. Medikid. Medikid. Ne, ich kann definitiv noch nicht wiederbeleben. Ich habe ihn noch keinen Defekt. Kid. Ich habe ihn noch keinen Defekt. Move. Hier. Medikid. Dann. Macht's ja nur. Brumm. 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 Die Wüste doch das Telekomt. Dino Dine. Gehen wir da hin. Mobila Spawnponch! Hier kommt ein Medikit! Ein Medikit! Bur Finance 1 Jaaaaaallala gente muss noch hier im Weich stehen. BBUM Der hat gerade aber geschäbert jetzt. Kühlenhöfe 49. GG! Vielen Dank fürs Zuschauen! Bis zum nächsten Mal! Tschüss und Löwe!